Gutes Geschäft 1933 Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß, ein paar der Flaschen habe ich schon zehn Jahre. Aber wir brauchen eine. Raus damit. Na los doch, aufladen. Schön euch zu sehen. Boss, gibt's Neues von der Sache mit Zeug? Das war gut, Tom. Gelotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt? Ja, und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann... Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Mann mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Naja, ein Typ ist komplett dicht. Jammer hat der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für... Niemals. Aber ich hab ihn rausgebracht. Und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Stellte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei. Aus Kentucky. Schwarzbrenner? Äh, äh, äh. Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Hast du raten, wer ihm sein Huzel hier exklusiv abnimmt? Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja. Ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung. Aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir sitzen hier bald auf dem Trockenen, Boss. Was meinst du? Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay. Von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden. Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Wir enttäuschen Sie nicht, Boss. Okay. Mal los. Zur nächsten Station. Sorgen Sie sich nicht um mich. Tue ich nicht. Tommy macht das für mich. Ich pass auf ihn auf, Boss. Die Karre sieht ja mal richtig ordentlich aus. Wir treffen Sam und Little Bill in der Stadt. Was ist in Ordnung, Carlo? Machst du dir wohl in die Hosen? Ach, lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu. Ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht, als ihr alle zusammen. Klar. Hast auf der Straße gewartet, bis er mit seiner Braut fertig war. Wenn ich nicht mit soll, kein Problem. Ist okay. Der Boss muss es nicht wissen. Nein, du kommst mit. Was hat der Boss gesagt? Du siehst viel zu hübsch aus. Ehrlich. Gates soll nicht denken, wir wären Nieten. Warum ist Gates sauer auf Morello? Als Gates das erste Mal mit seinen Trucks ankam, wollte Morello die Konditionen ändern. Er hat ihm was auf die Nase gegeben. Als Teil der Neuverhandlung. Seine Nase kriegt noch mehr ab, wenn Morello hört, dass wir dabei sind. Deshalb tun wir so, als würden wir ihn überfallen. Dann jammert er seinem Paps die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann. Und als neuen Koffer hier draußen, bringt er dann den Namen Sawyeri ins Spiel. Dieser Plan ist Mist, Tom. Pauli hat mir gestern davon erzählt und er ist noch schlimmer geworden. Wenn du einen Hinweis für den Boss hast und ihn nicht nur kutschierst, ja? Dann kannst du mitreden. So lange hältst du dein dreckiges Maul. Wenn du so besser schlafen kannst. Aber heul nicht, wenn Morello sich dich zur Brust nimmt. Echt jetzt? Meinst du das ernst? Leute, hört auf! Himmel! Ich mach hier viele Deals. Frag, wer will nicht viel dafür. Macht immer zu, bis ich fertig bin. Okay, alles in Ordnung. Gates wartet ganz oben. Los, gehen wir! Hier ist soweit alles sauber. Autobesitzer sind arbeitende Menschen. Tagsüber ist es hier wie ausgestorben. Wir arbeiten auch und sind hier. Und was für eine Arbeit. Kommt mir ehrlich vor, als wenn man so Einkaufsgeschäft gerade so shoppen geht oder sonst irgendwas. Müssen wir sonst noch was über Gates wissen, Pauli? Nur, dass er eine kaputte Nase und Kisten voll gutem Zeugs hat. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann. Park da drüben. Ich bin ja nicht so der Fachmann. Tommy! Ja, ist gut. Die erste Zahlung. Wenn's dem Don schmeckt, zahlt er weitere. Ja, und sie werden immer größer. Wir werden alle noch reich, Jungs. Wir machen gern Geschäfte mit Anschluss. Wie Don Salieri. Bitte, bestell ihm meine Grüße. Sicher. Jetzt müssen wir den Dino noch abschließen. Nein, nein! Schon okay. Was? Ich sag dir doch, es muss wie ein richtiger Überfall aussehen. Meine Nase ist sicher krumm und schief, wenn ich hier fertig bin. Ach, keine Sorge. Mit der vielen Kohle, die du anstreichst, kommst du dir einfach eine neue. Was? Pass da! Verstärk' dir, verdammt! Heißt du, du hast Du hoch! Verdammt! Hey! Hier drüben! Verpasst du dir! Verpasst du sie! Okay, wir sind hier fertig. Ist nicht so schlimm. Nehmt den Fusel und haut ab. Meine Jungs kommen schon. Los, los. Wie lange ihr sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in den Wagen. Tod nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist noch nicht vorbei. Komm, ich geb dir Deckung. Na toll. Wo ist unser Auto? Bastian. Ja, Bruder, was soll ich da machen, wenn ich nicht einsteigen kann? Ich steige nicht ein. Ja, hier kommen noch mehr. Hey, komm nicht mehr! Das war's für heute. Geh die Jäger! Ich wohne, Achtung! Die schießen auf dich! Und da! Ticket sind! Achtung! Schuss! Jan 바이� nehmen Das ist so pasta Genau Scheiße, von hinten Schreit Aaah Nein Ich muss nachladen! 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 Okay! Ich muss nachladen! 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 mir fällt gerade nur nicht ein von wo der ist und ich überlege ich habe die ganze zeit überlebt vom wo kommt der aus welchem film war der an dieser schauspieler noch mal weil das ist ein sehr bekanntes gesicht ich glaube der parte von man hätten hat die ganze zeit im kopf aber ich glaube das ist der nicht dann noch freunde vielen dank fürs dranbleiben sehen uns bei der nächsten folge lasst ein like und ein abo da ich bin draußen macht es gut draußen geht über doppel und schau